Bevor es nun mit dem Video losgeht, wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt aus dieser oder anderen Rubriken, abonniert diesen Kanal, drückt Abonnieren, aktiviert die Glocke und ihr werdet immer über Neuigkeiten informiert. Servus liebe Freunde, Hallihallo, herzlich willkommen. Heute möchte ich euch zeigen, wie man den Donation Tracker benutzt, beziehungsweise wie man den auch zum Beispiel in OBS einbinden kann und wie man das Ganze sonst irgendwie verknüpft und was man eigentlich davon hat. Also zuerst kommen wir mal dazu. Donation Tracker ist eine Seite, über die kann man Spenden von Zuschauern entsprechend auf sein PayPal-Konto oder auch über Bitcoins, Altcoins gutschreiben lassen. Das wird dann entsprechend bei PayPal zum Beispiel direkt auf dem PayPal-Konto gutgeschrieben. Und um damit anzufangen, muss man natürlich erstmal hier das Ganze anmelden. Also man muss sich registrieren, kann man über Facebook, über Google machen, über Twitch geht das auch. Donation Tracker wird allerdings auch sehr gerne von YouTubern benutzt, weil da eben auch eine Möglichkeit besteht, über einen Link sowas entsprechend zu nutzen. Also wir brauchen einen Benutzernamen, zweimal die E-Mail-Adresse, zweimal das Passwort und den AGBs müssen wir zustimmen. Dann registrieren wir uns. Wenn wir uns registriert haben, dann melden wir uns einfach an und kommen erstmal auf das Dashboard. Hier sieht man jetzt zum Beispiel bei mir, was sich so getan hat. Gesamtumsatz, Umsatz der letzten 30 Tage, das Spendenziel, da kommen wir gleich noch drauf. Dann grafisch die Darstellung nochmal und hier unten nochmal als Liste, wo man genau sehen kann, wer was wann gespendet hat. Also auch mit Datum, Uhrzeit, hier kann man genau erkennen, was passiert ist. So, wenn wir jetzt hier zum Beispiel auf Info gehen, dann können wir auch genau sehen, okay, hier ist die Transaktions-ID, Prozess manuell und und und, Betrag überlagen. Also wunderbar. Das Ganze gibt es nochmal etwas abgewandelt, wenn nämlich automatisierte Spenden kommen von fremden Leuten. Das war eben mal eine manuelle Spende. Die habe ich bekommen und habe die dann nachträglich eingetragen. Hier ist zum Beispiel eine Spende, die automatisch kommt. Das heißt, Transaktionsgebühren wurden also auch von dem Spender übernommen. Insgesamt 5,45 Euro, da von 45 Cent Gebühren. So einfach ist das Ganze. Kommen wir zu den Einstellungen. Bei den Einstellungen einmal hier euer Benutzername, E-Mail-Adresse. Dann könnt ihr hier ein Profilbild von euch einlesen, lesen sozusagen. Das darf aber nicht größer als 150 mal 150 Pixel sein, also am besten keine Panoramaaufnahme. Bei Zahlungen habt ihr die Möglichkeit, das Ganze mit eurem Paypal-Konto hier zu verbinden. Ihr seht Paypal bei mir spenden, at solaris-gamber.de da ist es verbunden. Bitcoins und andere kann ich hier auch noch verbinden. Das sollte ich vielleicht auch bei Gelegenheit mal machen. Der Wert, die Währung kann in Euro oder Dollar eingegeben werden. Die minimale Spendenhöhe habe ich mal auf das Kleinst auf 1 Euro gesetzt, damit sich auch die Zuschauer eben nicht so unter Druck gesetzt fühlen. Die maximale Spende kann man bis auf 100.000, naja gut, ich lasse das mal auf unlimitiert, weil erstens 100.000 wird wohl keiner spenden und zum zweiten denke ich dann doch einfach mal, soll jeder entscheiden, was er spenden möchte. So, die Spendenseite selber, das ist der Donation Tracker, Donate Solaris Game World. Das ist im Prinzip eine Seite, auf der man dann spenden kann. Wir können uns das hier mal gerade angucken, wie diese Seite aussieht. Spende an. So, so sieht diese Spendenseite aus, wenn jemand spenden möchte. Das heißt, hier kann man den Namen eintragen, den Betrag, den man spenden möchte, die Nachricht dazu und dann kann man auch sagen, Transaktionsgebühren übernehmen. So, das heißt also zum Beispiel, wenn das für PayPal läuft und ich schicke 5 Euro raus, dann werden noch PayPal-Gebühren abgezogen. Wenn ich aber möchte, dass der Empfänger 5 Euro kriegt, dann übernehme ich die Gebühren und zusätzliche Spende an den Donation Tracker. Das ist, weil das Ganze im Moment kostenfrei ist und das Ganze kann man dann hier mit der PayPal auswählen. Dann gibt es eine sogenannte Bestenliste. Da kann man genauso sehen, wer hat bisher wo am meisten gespendet. Ich sehe gerade, da fehlt noch eine Spende. Das muss ich dann noch nachtragen. Und so kann man also im Prinzip sich die Seite vorstellen. Hintergrund könnte man sogar auch noch entsprechend einstellen. Ich habe hier Repeat X zum Beispiel genommen. Das komme ich aber gleich nochmal drauf, wie das Ganze aussieht. Dann kann man hier so ein kleines Banner machen. Das sieht man dann auch gleich noch, weil das Bild oben, was dann erscheint, wo dann die Spende praktisch eingeblendet wird, die kann man sich entsprechend dort ebenfalls selbst definieren. Vordefinierte Summe, so als pauschal, mache ich immer mal 2 Euro. Ich kann das aber auch hier auf 4 oder auf 5 oder auf 10 oder auf 100 Euro setzen. Eigenes Spendenziel, ja. Das ist immer interessant, wenn man dann einen Banner haben möchte. Unten so eine Art Fortschrittsbalken, damit die Leute, die spenden, auch wissen, für was aktuell gespendet wird. Das ist ganz wichtig. So, dann entsprechend noch einen kleinen Text. Zum Beispiel, vielen Dank für deine Spende. So, und dann speichert man das und damit ist die Sache erledigt. Bei Zahlungen, wie gesagt, haben wir hier die ganze Geschichte mit der PayPal-Geschichte hier, mit der ganzen Sache. Dann haben wir hier die Spendenseite. Da waren wir gerade eben. Benutzernamen kann man natürlich auch noch ändern, Passwort ändern oder Account löschen. So, die Premium-Funktion, die kostet Geld, hat aber auch dann je nachdem, welches Abo man dann nimmt. Das ist eigentlich nur ein Premium-Abo, aber generell bedeutet das nur für verschiedene Zeiträume. Hier sieht man dann so, was entsprechend an Vorteilen noch drin ist. Ich habe das Abo jetzt zum Beispiel nicht. Jetzt kommen wir aber erst mal zu den wichtigeren Sachen. So, wir kommen zu dem Alert-Creator. Der Alert-Creator, das ist der, der oben dann während des Streams einblendet, hey, da hat einer gespendet. Und da kann man eine Menge einstellen. Also, die Hintergrundfarbe, wie lang das eingeblendet werden soll, wie das vom Logo oder vom Layout aussehen soll, ob man hier jetzt verschiedene Aufteilungen möchtet. Dann entsprechend die Animationen, also einblenden, ausblenden und, und, und. Hier ist ein Nachrichten-Template. Da ist im Prinzip zum Beispiel, dass man dann sagt, okay, der und der spendet gerade das und das. Das kann man also zum Beispiel da auch einstellen. Man kann hier die Art der Animation entsprechend ändern. Ich habe das immer auf Wave, weil ich finde das ganz lustig. Minimale Spendensumme, wie gesagt, haben wir 1 Euro. Das Bild ist drin. Hier kann man sich noch verschiedene Sounds aussuchen, die dann während des Streams oder wenn man online ist, eingeblendet werden sollen. Und wenn das alles fertig ist, klickt man auf Speichern und die Sache ist in Ordnung. So, dann kann man sich natürlich viele, viele Sachen auswählen. Verschiedene Schriftarten. Die Schriftgrößen kann man einstellen. Die Schriftfarben kann man einstellen. Dann Nachrichteneinstellungen. Also die Spendennachricht ein. Klar, soll ja mir gesagt werden, okay, da hat einer gespendet. Jetzt kann man auch sagen, man nimmt eine andere Schriftart zum Beispiel. Da muss man dann immer mal gucken, was optisch einem ganz gut gefällt. Schriftgröße, Schriftdicke, Schriftfarbe, das ist auch soweit alles wieder eigentlich klar. Soundstafflung ist ein Premium. Text-to-Speech auch. Und der Twitch-Bot ist ebenfalls eine Premium-Funktion. So, kommen wir zum Goal Creator. Wir haben jetzt hier zum Beispiel einen Goal Creator drin. Da habe ich zum Beispiel jetzt für mich Musiksoftware kommerziell, dass ich auch die Musik, die ich produziert habe, sozusagen bei YouTube monetarisieren darf. Dafür gibt es spezielle Nutzungsrechte. Und dann kann man eingeben, auch entsprechend, wie lange das laufen soll, von bis. Dann die Zielsumme, ob es aktiv ist oder nicht. Und hier kann man verschiedene andere Spendenziele angucken. Die habe ich mal so aus Test einfach mal reingesetzt. Und bei den Einstellungen kann man hier auch die ganze Geschichte noch ein bisschen farblich und textlich gestalten. So, dann haben wir also einmal den Goal Creator. Klar, da zeigen wir uns mal die URL an. Diese URL, die brauchen wir zum Beispiel auch bei OBS. Das zeige ich euch gleich. Kommen wir zum Ticket Creator. Der Ticker Creator ist dann oben eine Tickerbox. Da kann man gucken, auch mit der Einrichtung und allem drum und dran. Das ist eigentlich immer dasselbe. Der Ticker zeigt zum Beispiel hier bei 5 die letzten 5 Spender an. Dann gibt es diesen Wishlist Creator. Der ist wieder ein Premium. Rafle ist auch Premium. Dann gibt es eine App für Tablet bzw. Handy, wo man dann auch überwachen kann, dass gespendet wurde oder wie viel gespendet wurde. Das Ganze geht natürlich auch noch über Affiliates. Ja, das ist auch interessant. Also, das heißt, wenn sich ein Benutzer über einen Link registriert, kriege ich 3 Tage Premium. Das ist mal schön, aber meistens hat man da nicht wirklich viel von. Und das waren eigentlich schon so die wichtigsten Sachen. Also, das Wichtigste ist eigentlich, um damit erstmal grundlegend zu starten, die Zahlung, sprich das PayPal-Konto zu verknüpfen und sich ein Alert Creator, ein Goal Creator und ein Ticker Creator mal herzustellen. So, wie das Ganze dann aussieht, das können wir uns jetzt mal angucken. Ich habe hier bei OBS mal eine Blankoschablone erstellt. Das kann ich euch hier mal zeigen. So, da ist jetzt die Blankoschablone. Also, wir gucken jetzt mal und haben die Alertbox. Die wollen wir natürlich auch haben, wenn wir streamen. So, also das heißt, ich gehe auf STRG-C für Kopieren und starte hier einfach über das Plus einen neuen Inhalt, nämlich eine Browser-Source und nenne das jetzt mal Donation Alert Tutorial, dass ich weiß, dass das nur für mich jetzt hier ist. So, dann gebe ich hier einmal den Link ein. Die Höhe und die Größe, das kann man dann alles entsprechend wegpacken. So, das soll natürlich nicht allzu groß sein, aber wenn natürlich der Alert losgeht, dann soll man das natürlich schon im Stream sehen können. So, jetzt können wir mal ein Test Alert ausführen. Das heißt, wir werden mal gucken. So, und jetzt sehen wir hier oben, Test Account spendete gerade 50 Euro. Yeah, I like it. Message vom Test Account. So sieht das Ganze dann aus, wenn, wie gesagt, jemand gerade spendet. Wird für 10 Sekunden eingeblendet, danach verschwindet das wieder. So, das Ganze kann man natürlich auch mit dem Goal Creator machen. Da gibt es hier auch eine URL dafür. So, diese Goalbox kopieren wir ebenfalls rein, machen hier wieder eine weitere Browser Source auf, nennen das mal Goalbox Tutorial. So, und schreiben hier entsprechend diese Adresse rein. Und das kann man natürlich auch entsprechend hier vom Platz her noch anpassen. Ich habe das immer eigentlich relativ klein gehalten. So, und hier nach unten gezogen. Na, man kann das natürlich auch noch ein bisschen verkleinern. Das muss nicht so groß sein. Es soll ja auch dann nicht stören. Das ist ja nur so eine allgemeine Information, wo man einfach dann sehen kann, okay, hier, da sind entsprechend Leute unterwegs. Und das und das wurde gespendet. So, damit das auch oben angezeigt wird, im Prinzip, während man was macht, hat man ja, wenn man die Spieleaufnahme macht, ich mache jetzt hier mal eine Fensteraufnahme, ne, Fensteraufnahme nicht, ich gucke mal, Bildschirmaufnahme, gehen wir da mal rein, Bildschirmaufnahme, Tutorial Donation, Turotial, gut, okay, alles klar. Tutorial Donation, so. Jetzt haben wir hier natürlich ein ganz, ganz wildes Feld. Aber damit dieses Feld überhaupt angezeigt werden kann, und die anderen Felder angezeigt werden, weil jetzt hat man das Problem, die stehen unten drunter. Wenn ich jetzt bei OBS hingehe und diesen Test Alert ausführe, sehe ich hier nichts. Also, müsst ihr auf alle Fälle darauf achten, dass dieses Fenster, was ihr für die Bildschirmaufnahme habt, ganz, ganz unten ist. Also, die Sachen, die über dem Titelbildschirm liegen, sollten auch bei OBS, bei den Quellen oberhalb markiert sein. Ich starte jetzt nochmal diesen Test Alert. So, und jetzt sieht man hier oben, wird das Fenster eingeblendet, also da sieht man das Ganze dann einfach. Deswegen immer ganz wichtig, dass man hier darauf achtet, dass das definitiv hier unten ist, das Bild, was man aufnimmt, also das Spiel oder den Desktop oder wie auch immer. Und die Sachen, die aufgeblendet werden sollen, die auf das Bild drauf sollen, die müssen oben drüber oder ziemlich weit oben stehen. Was oben steht, erscheint als erstes, alles andere wird unten drunter gelegt, sozusagen. Und das ist halt ganz wichtig. Ja, so viel hier schon mal zum OBS. Jetzt hat OBS gerade noch eine Crash-Meldung gebracht. Das ist schön. Vielen Dank dafür. Und ja, ich denke mal, damit ist das Wichtigste eigentlich ja schon erklärt. Und ja, ich wünsche euch auf alle Fälle viel, viel Erfolg. Wenn ihr das entsprechend nutzen wollt, dann könnt ihr euch da gerne anmelden. Den Link werde ich unten nochmal in die Beschreibung natürlich reinposten. Und in dem Sinn sage ich erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und Tschüss.